Willkommen in den Schweizer Alpen. Im Wallis lockt das Matterhorn. Unbedingt sehenswert ist der Gornergrat auf 3089 Metern. Der 360-Grad-Panoramablick auf den Gornergletscher, das Matterhorn und bis hinunter ins Tal nach Zermatt ist einfach atemberaubend. Auf der Rückfahrt nach Zermatt haben wir auf der Riffelalp gehalten. Von der Terrasse aus beobachteten wir das faszinierende Wolkenspiel ums Matterhorn. Die Fahrt von Zermatt bis zum Gornergrat dauert 38 Minuten. Eine Standseilbahn verbindet Zermatt in knapp 5 Minuten mit Sunnegga. Von der Terrasse auf 2288 Metern geniessen wir aus einer anderen Perspektive den Blick aufs magische Matterhorn. Ein weiterer Hot-Spot in der Schweiz ist das Schildhorn im Berner Oberland. Wer jetzt nicht weiss, wo wir sind, wir sind auf dem Schildhorn-Schauplatz, oder Drehort besser gesagt, des James-Bond-Films in Dienste seiner Majestät. Und es gibt hier auch eine ganz spannende James-Bond-Ausstellung. Das wäre die Aussicht vom Schildhorn auf Eige, Mönch und Jungfrau. Für alle, die im Wattland ganz hoch hinaus wollen, gibt es Glacier Trois-Milles. Wie der Name schon sagt, bin ich auf 3000 Meter Höhe. Und hinter mir ist der Peakwalk. Der verbindet zwei Gipfel und ist 107 Meter lang. Einer der spektakulärsten Aussichtspunkte der Schweiz ist Glacier 3000. Man sieht rundherum vom Feldberg in Deutschland über das Matterhorn bis zum Mont Blanc. Und jetzt geht es wieder runter zum Glacier. Auch wenn man ohne Ski unterwegs ist, ist das genial. Es gibt einen Funpark, wo man Schlitten fahren kann, oder den Glacierwalk mit Sicht auf das Matterhorn. Das waren unsere Hotspots in der Schweizer Bergwelt. Tipps und Links gibt es im Blogbeitrag. Musik